Kapitel 4 Bildung des Verstandes Dem fortgeschrittenen Menschen ist das herausragende Privileg vorbehalten, seinen Verstand bewusst in jede begehrte Form auszubilden. Das Privileg, die mentale Struktur zu verändern, zu reparieren und zu ergänzen. In den niederen Tieren, im Urmenschen und selbst in der Mehrzahl der heutigen Menschen vollzieht sich der Aufbau des Verstandes hauptsächlich durch von außen auf ihn einwirkende Kräfte. Umwelt, Zusammenhänge, Anregungen und so weiter. Und natürlich ist selbst der fortgeschrittenste Mensch diesen Einflüssen unterworfen. Aber der entwickelte Mensch weiß, dass er selbst Einfluss auf den Bau seines Verstandes ausübt. Dieser Aufbau wird natürlich im Bereich des Unterbewussten verrichtet. Der bewusste Gedanke liefert das Material und das Ich ist der Baumeister. In einem vorangegangenen Kapitel sprach ich über die unterbewusste Ebene des Verstandes und wie ihr täglich weitere Gedanken von uns oder anderen zugefügt werden. Auch habe ich die unterbewusste Ebene des Denkens mit einem Körper aus Wasser verglichen, der von einem klaren Strom durchflossen wird. Und gezeigt, wie der Charakter des vollständigen Wasserkörpers von der Qualität des ihm eingeflößten Wassers abhängt. Der unterbewusste Verstand kann auch mit einem immensen Lagerhaus verglichen werden, in das Güter getragen und eingelagert werden. Es wird ohne weiteres eingesehen werden, dass das Wesen der Inhalte des Lagerhauses durch die Qualität der Güter bestimmt werden muss, die tagtäglich hereingetragen werden. Wird diese Vorstellung akzeptiert, sieht man, wie wichtig die Auswahl dieser mentalen Güter ist, die eingelagert werden. Die unterbewusste Ebene des Verstandes ist also ein immenses Lagerhaus, in das wir kontinuierlich Güter tragen, um sie für zukünftige Verwendungszwecke zu lagern. Und überdies werden diese Güter konstant verwendet. Der größere Teil unseres Denkens wird entlang der Wege unbewusster Verstandesaktivität getätigt und die unterbewusste Ebene des Verstandes kann nur das verwenden, was bereits in ihm abgespeichert wurde. Der Verstand bewegt sich entlang der Wege des geringsten Widerstandes. Und wenn es für uns notwendig wird, über ein bestimmtes Thema nachzudenken, beobachten wir uns dabei, den einfachsten Gedankenpfad zu nehmen, der immer der Pfad ist, der in der Vergangenheit am häufigsten bereist wurde. Es ermüdet uns, in neue Richtungen zu denken, während es nur kleine Mühen erfordert, auf altgewohnten Wegen zu denken. Und so bewegen wir uns konsequenterweise entlang der Wege des geringsten Widerstandes. Auf der unterbewussten Ebene unseres Verstandes haben wir viele vorgefasste Meinungen, viele vorgefertigte Ideen, über die wir niemals ernsthaft nachgedacht haben. Irgendwann in der Vergangenheit haben wir diese Meinungen und Ideen von irgendeiner Quelle übernommen und niemals wirklich die andere Seite der Frage betrachtet. Und dennoch, sobald in einer Unterhaltung oder während einer Lektüre irgendeines dieser Themen aufkommt, können wir bemerken, dass wir wohlgefestigte Meinungen über sie besitzen und ihnen gegenüber Recht voreingenommen sind. Nur wenn wir dazu gezwungen werden, uns von der alten Meinung und Idee zu lösen, sie sorgsam und genau zu prüfen und zu inspizieren, bemerken wir, dass es dafür keinerlei Begründung gibt. Und nun ärgert es uns, daran zu denken, dass wir dieses alte Ding so lange bei uns behalten haben. Wir rangieren es aus und ersetzen es mit einem guten, vernünftigen Gedanken aus eigener Herstellung. Ein guter mentaler Hausputz wird uns viele solcher nutzloser und mangelhafter Gegenstände innerhalb des Lagerraums des Unterbewusstseins offenbaren. Zwischen den vielen wertlosen Gegenständen mentalen Krimskrams können Furcht, Sorge, Eifersucht, Hass, Bösartigkeit, Neid und so weiter als die in den meisten Köpfen der Menschen anzutreffenden Gedanken angesehen werden. Eine sorgsame Prüfung dieser Gegenstände wird zur Folge haben, dass diese auf der mentalen Müllhalde entsorgt und durch geeignete zeitgemäße Gegenstände ersetzt werden. Keiner dieser Gegenstände wird den Prüfungen des höheren Verstandes standhalten können. Wie kann irgendein Mensch glauben, ein Wurm des Staubes und ein Kind der Finsternis zu sein, und zur gleichen Zeit erkennen, dass er ein Sohn Gottes ist, mit einem Schicksal so bedeutend, so gewaltig und prächtig, dass sein Verstand dies nicht einmal begreifen kann? Wie kann ein von solchen Vorstellungen beherrschter Mensch die Hüllen, denen er entwachsen ist, von sich werfen und hervortreten in ein helleres, spirituelles Bewusstsein? Und dann die Vorstellungen von Versagen, Furcht, Sorge und all dem Rest. Der Mensch hat diese Dinge eingeflößt bekommen, bis er davon so angefüllt war, dass sie all seine Taten und Gedanken beeinflussen. Und je mehr er auf diesen Bahnen denkt und handelt, desto wahrscheinlicher wird er solche Gedanken und Taten auch zukünftig weiterführen. Er bereist immer und immer wieder die alte Straße, bis ihm dieses Tun zur zweiten Natur geworden ist und es umso härter wird, einen neuen Weg einzuschlagen. Der Mensch sollte erkennen, dass er ist, was er denkt. Er sollte wissen, dass er seinen Verstand bildet, wenn auch unbewusst, durch das Wesen der Gedanken, die er denkt. Wenn er lichte, heitere, glückliche, zuversichtliche und mutige Gedanken denkt, errichtet er damit eine Gedankenform, die die Farbe dieser Gedanken annimmt. Und gleichermaßen bewahrheitet sich, dass seine Gedankenform diese Farbe annimmt und all seine Handlungen von der vorherrschenden Farbschattierung seiner mentalen Einstellung beeinflusst werden, wenn er Gedanken der Furcht und Sorge, der Trübsal und Verzweiflung denkt. Der Mensch kann sich praktisch selbst durch die Entwicklung einer bestimmten Gedankenrichtung umarbeiten und diese in seinem unterbewussten Verstand Behausung finden lassen. Dadurch, dass man den Verstand kontinuierlich in bestimmten Kanälen hält, kann man die Fähigkeiten so ausbilden und entfalten, dass diese in kurzer Zeit die neuen Gewohnheiten der Gedanken und des Willens übernehmen, dem neuen mentalen Pfad, der vor ihnen ausgebreitet wurde, ohne Anstrengung folgend. Erinnere dich, dass du jedes Mal, wenn du einen Gedanken denkst oder einen Gedanken in die Tat umsetzt, für deinen Verstand umso einfacher machst, dieselbe Sache zu wiederholen. Wenn du wünschst, energiegeladen und tatkräftig zu sein, denke so viele energiegeladene und tatkräftige Gedanken wie du nur kannst und strebe an, sie in die Tat umzusetzen. Erlaube deinen Gedanken kontinuierlich bei diesen Themen zu verweilen und strebe danach, die Gedanken so häufig wie irgend möglich in der Tat Gestalt annehmen zu lassen. Durch das Folgen dieses Weges wirst du dich graduell umgestalten, soweit es diese Gewohnheiten betrifft, und der neue Weg wird ein ganz natürlicher Weg sein und die alten verworfenen Gewohnheiten werden dir sehr unwirklich erscheinen. Man kann seinen Verstand in jede gewünschte oder als erforderlich befundene Richtung ausbilden. Erinnere dich, dies ist die bewusste Ausbildung des Verstandes und Formung des Unterbewussten. Du befüllst das Lager des Unterbewussten mit den Gütern, die du zu verwenden wünschst. Und wenn du die Gelegenheit hast, irgendeinen dieser mentalen Schätze hervorzubringen, kannst du davon ausgehen, nur diese vorzufinden, die du selbst hinterlegt hast. Der unterbewusste Denkprozess kann ebenso wie ein Kind oder Haustier erzogen werden. Er kann dem Willen gemäß geformt und gestaltet werden. Dies setzt verständlicherweise Durchhaltewillen voraus. Doch dies zu bewerkstelligen ist eine wichtige Angelegenheit. Wir sind über so lange Zeit Diener unseres Verstandes gewesen, dass wir den Zustand dieser Angelegenheiten für unheilbar betrachten. Und auch wenn uns dies nicht gefällt, haben wir uns dem Unausweichlichen ergeben. Das neue Denken birgt die Botschaft der mentalen Freiheit des Menschen. Es zeigt ihm auf, dass der Verstand nur ein Werkzeug des wahren Selbst ist. Ein zu gebrauchendes Instrument. Ein Apparat, dem beigebracht werden kann, seinen Anordnungen Folge zu leisten. Wenn das Verlangen in einem Menschen vorhanden ist, kann er seinen Verstand dazu formen, seine Begehren und Bestrebungen auszuführen. Falls es einem Menschen an bestimmten Eigenschaften mangelt, kann er die begehrten Eigenschaften dadurch entwickeln und ausbilden, dass er sie unentwegt in seinem Denken trägt und sie so oft wie möglich durch die Tat manifestieren lässt. Und wenn man wünscht, bestimmte kraftlose Gedanken und Tendenzen zu überwinden, kann man dies, indem man den Gedanken in sich trägt, der genau gegensätzlich zu dem ist, den man zu überwinden begehrt. Er hat die Kontrolle, wenn er sich nur selbst durchsetzt. Er ist der Herr des Lagerhauses und besitzt die Macht, nur jene Güter zuzulassen, die er als wünschenswert ansieht. Autosuggestion und Affirmation sind praktisch gesehen dasselbe. Sie beruhen auf bestimmten Aussagen, die von einem beständig wiederholt oder bestätigt bewirken, dass die der Autosuggestion oder Affirmation entsprechenden Eigenschaften in ihm heranwachsen. Wenn es jemandem an Selbstvertrauen mangelt und er schüchtern, verschämt oder zaghaft ist, wird sich die Affirmation »Ich kann und ich werde« als wunderbares mentales Tonikum erweisen. Lass es ihn immer wieder von Neuem wiederholen, nicht wie ein Papagei, sondern mit der vollständigen Begrifflichkeit der Bedeutung. Und über kurz oder lang wird er die »Ich kann und ich werde« Schwingungen bemerken, die beginnen sich in ihm zu manifestieren. Und wenn er plötzlich mit einem Angebot oder einer Aufgabe konfrontiert wird, wird er bemerken, wie der Gedanke »Ich kann und ich werde« in ihm aufkeimt und sogleich die Tat nach sich zieht. Vor dem Wandel fühlte er nichts als »Ich kann nicht« und »Ich fürchte mich«, sobald er mit irgendetwas Neuem konfrontiert wurde. Er wird sich neu erschaffen haben. Und so ist es mit der Denkrichtung. Gewöhne dir an, von dir selbst das zu denken, was du zu sein wünschst. Und bald wirst du bemerken, wie du eben in dies hineinwächst. Du bist ständig dabei, deinen Verstand aufzubauen. Du errichtest das Gebäude des Charakters täglich. Wie baust du es? Welche Materialien verwendest du in dem Bau? Verwendest du das bestmögliche Material? Die positiven, hellen, zuversichtlichen Gedankenmaterialien? Oder verwendest du die fehlerhaften, unvollkommenen, negativen, furchtvollen Materialien, die so viele benutzt haben? Während du deinen Verstand erbaust, weshalb tust du es nicht gleich richtig? Wieso bestehst du nicht darauf, dass das beste Material verwendet wird? Alles von dem Nicht-Erwünschten abweisend. Wenn du das nicht gut umsetzt, suche bei keinem außer dir selbst die Schuld. Auch heute bist du am Erbauen. Welche Sorte Material verwendest du? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.